Was fällt euch an, wenn ich Kriegsmaterial sage? Vielleicht Gewehre, Panzer, vielleicht auch Bomben oder Drohnen. Eigentlich könnte man hier auch Weizen nennen. Herzlich willkommen, mein Name ist Nico Meier. Ja, Russland besetzt nicht nur große Gebiete in der Ukraine, sondern macht auch Profite mit dem Weizen, der aus der Kornkammer Europas der Ukraine stammt. Aber diese besetzten Felder sind nicht einmal die einzige Art, wie der ukrainische Weizen eine Rolle im Kriegstreiben spielt. Genau darüber und was Russland so macht und vor allem, was die Schweiz damit zu tun hat, spreche ich heute mit Sylvie Lang. Herzlich willkommen. Hallo Nico. Du bist beim Public Eye Rohstoffexpertin und bringst uns heute ein bisschen diese Hintergründe näher ans Licht. Was kann man denn sagen? Es gibt klare Getreideplünderungen durch Russland in der Ukraine. Wie laufen diese konkret ab? Ja, das ist richtig. Also Russland, respektive russische Akteure, die plündern wirklich systematisch Getreide in den besetzten ukrainischen Gebieten. Jetzt muss man vielleicht noch sagen, diese Gebiete, das sind wirklich zentrale Anbaugebiete von Getreide, allem voran Weizen. Also es ist genau diese Anbauregion, die jetzt von den Russen besetzt wird. Und eben dort haben die russischen Besatzer wirklich ein ganzes System der Kontrolle aufgesetzt. Sie kontrollieren die landwirtschaftliche Produktion, den Transport, die Lager, also wirklich den kompletten Agrarsektor eigentlich in diesen besetzten Gebieten. Das geht von Plünderungen von Getreide, das direkt aus den Lagern gestohlen wird, oder von den Feldern sogar, bis über die Kontrolle des Transports auf die besetzte Krim beispielsweise. Also es ist wirklich ein sehr umfassendes System, wie aus diesen besetzten Gebieten eben Profit geschlagen wird. Da gibt es auch grosse Recherchen und Berichte. Beispielsweise gibt es einen Bericht eines russischen Soldaten, der nicht im Krieg kämpfen wollte, sondern Lastwagen fuhr. Er sagte in einer Recherche des Wall Street Journals im Jahr 2022, er und viele weitere Lastwagenfahrer hätten Weizen aus dem Südosten der Ukraine gefahren, und zwar eben auf die von dir erwähnte Krim. Schauen wir uns einen Ausschnitt aus einer Wall Street Journal Dokumentation kurz an. Der von uns befragte Fahrer, ein Soldat der russischen Armee, der sagte, er wolle nicht im Krieg kämpfen, erzählte uns, dass ein russischer Oberst ihm Ende Mai befohlen habe, eine Ladung Getreide in dieser Anlage abzuholen. Mit vielen Lastwagen, 15 Lastwagen. Ich hatte einen weissen LKW, der war Kekarmas, und ich komme am Morgen, am 21. und 22. Mai. Der Oberst stellte die Lastwagen in eine Reihe, wir haben Weizen aufgeladen und sind losgefahren. Jeder Lastwagen kann zwischen 10 und 50 Tonnen Getreide auf einmal transportieren. Auf Fotos von der Anlage, die offenbar von Anfang Mai stammen und vom Wall Street Journal untersucht wurden, sehen wir Lastwagen mit Planen, dem Buchstaben Z vorne drauf und verdeckten Nummernschildern. Der von uns befragte russische Fahrer bestätigte, dass er und die anderen Fahrer in seinem Konvoi ähnliche Lastwagen fuhren. Weniger als zwei Kilometer vom Depot entfernt zeigt dieses Foto, das ein Anwohner am 19. Mai auf Facebook gepostet hat, Lastwagen, die vom Getreidelager wegfahren und dieselben Merkmale aufweisen. Planen und keine Nummernschildern. Auf Satellitenbildern vom 11. Juni sehen wir ähnliche Fahrzeuge in der Nähe des Getreidesilos. Drei Tage später können wir eine Reihe von ihnen vor der Anlage und einige weitere auf dem Parkplatz sehen. Am 22. Juni sind über 30 dieser Fahrzeuge zu sehen. Der russische Fahrer sagte, sein Konvoi mit dem gestohlenen Getreide sei am 21. oder 22. Mai auf die Krim gefahren. Ich höre über Funk, dass wir nach Sevastopol fahren. Viele Stunden, aber noch am selten Tag. Ja, also ganze Konvois voll Weizen wurden hier in diesem Fall auf die Krim gebracht. Wie ist das denn? Läuft das überall so im Osten der Ukraine so ab? Ist das wirklich systematisch so? Ja, das läuft wirklich systematisch so ab. Also da haben die russischen Besatzer oder das russische Regime eigentlich sogar Unternehmen dafür gegründet. Also Unternehmen in den besetzten Gebieten, aber nach russischem Recht, um eben die Plünderungen und den Transport und den Export dieses Getreides zu organisieren. Umfangs sprechen wir denn da? Wie viel Weizen wird da deportiert oder weggebracht? Ja, das ist nicht ganz klar. Also es gibt keine offiziellen Zahlen, weder von der Ukraine noch von Russland. Das ist auch extrem schwierig, das zu schätzen oder zu überprüfen. Deswegen haben auch gewisse Analysten oder auch das US-Agrarministerium beispielsweise, die schliessen jetzt diese besetzten Gebiete in ihre Prognosen nicht mehr ein, weil man das einfach nicht weiss. Es gibt aber Schätzungen, beispielsweise von der NASA. Die NASA hat ein Programm, das heisst NASA Harvest, wo sie mittels Satellitendaten eben zum Zweck, also für die Landwirtschaft oder für die Ernährungssicherheit eben diese Daten auswerten. Und die NASA schätzt, dass in den besetzten Gebieten im letzten Jahr, also 2023, acht Millionen Tonnen Getreide angebaut wurde. Jetzt, wie viel von diesem Getreide dann effektiv auf dem Weltmarkt landet, das ist auch nicht ganz klar. Da gibt es Aussagen, zum Beispiel vom russischen Präsidenten Wladimir Putin, der gesagt hat, dass fünf bis sechs Millionen Tonnen davon der russischen Ernte zugerechnet werden. Also die rechnen sich das schon ein in ihren Anbau und in ihren Export. Die ukrainische Getreidevereinigung, die geht von mindestens doppelt so viel aus. Also es ist wirklich nicht ganz klar, aber es ist auf jeden Fall ein beachtlicher Teil. Aber wenn jetzt das Putin bei sich selbst schon am Einrechnen ist, ich meine, da kann man ja dann vielleicht schon diese heretische Frage stellen, ja Russland aus russischer Sicht, hat man diese Gebiete besetzt, man besitzt jetzt diese Gebiete, dann ist es doch auch irgendwie klar, dass man die Ressourcen, die aus diesen Gebieten kommen, dass man die dann nützt? Ja, das ist die klassische russische Kriegspropaganda. Das sagt das russische Regime natürlich, um zu legitimieren, was sie in den besetzten Gebieten tun. Unter anderem, um eben auch diese Plünderungen und den Export zu legitimieren. Sie verwenden diese Einnahmen ja auch für ihre Kriegsmaschinerie. Aber man muss ganz klar festhalten, also Russland führt einen völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine. Und auch im Krieg gibt es Regeln. Da gibt es das humanitäre Völkerrecht, das zur Anwendung kommt und das verbietet eben Plünderungen. Ja, und eben, da gibt es diese internationalen rechtlichen Bestimmungen und das auch nicht erst seit gestern. Auch hier haben wir ein kurzes Statement vorbereitet. Es stammt von Völkerrechtsexpertin Nina Buri. Schauen wir es uns kurz an. Das Völkerrecht verbietet Plünderungen. Das ist eine sehr alte, etablierte Regel des humanitären Völkerrechts. Das heisst des Rechts, das in bewaffneten Konflikten anwendbar ist. Dieses Verbot wurde bereits in mehreren Verträgen des 19. Jahrhunderts festgeschrieben. So zum Beispiel im sogenannten Lieberkot oder in der Brüsseler Erklärung. Es steht aber auch in der vierten Genfer Konvention oder in anderen Verträgen, wie dem Gründungsstatut des Internationalen Strafgerichtshofs. Plünderungen können Menschenrechte verletzen und Plünderung ist auch ein Kriegsverbrechen. Die internationale Rechtsprechung, insbesondere die Urteile in der Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs, haben daher präzisiert, was genau als Plünderung gilt und was nicht. Ja, also mehrfach festgehalten an verschiedensten Orten. Kann man denn damit jetzt auch sagen, dass Russland sich klar strafbar macht mit diesen Plünderungen? Also es deutet alles darauf hin, dass Russland hier wirklich Kriegsverbrechen begeht. Denn eben Plünderungen sind grundsätzlich verboten. Da gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn die Erträge daraus der lokalen Bevölkerung zugute kommen. Und das ist in der Ukraine ja auf gar keinen Fall so. Also Russland verwendet die Einnahmen eben aus diesen Plünderungen für ihre eigenen Zwecke. Von dem her ist stark davon auszugehen. Jetzt ist es ja aber nicht nur so, dass Russland plündert und diesen Weizen wegbringt, sondern Russland zerstört auch ganze Felder und Infrastruktur in den ukrainisch besetzten Gebieten, wenn es um diese Weizenproduktionen geht, oder? Ja, das ist richtig. Also das russische Regime hat hier wirklich ein sehr umfassendes System neben dieser Kontrolle installiert. Und dazu gehört auch, dass vor allem in den Gebieten, die sie nicht vollends kontrollieren, die Infrastruktur zerstört wird. Also das betrifft einerseits Felder. Da wurden wirklich Felder niedergebrannt. Da wurden Lager zerstört. Da wurden Strassen zerbombt. Da wurden Häfen zerstört. Also es ist wirklich sehr umfassend. Und das kommt dann noch dazu zu den Plünderungen. Also es geht im Grundsatz einfach darum, die Ukraine möglichst stark zu schwächen, ihnen die Exporteinnahmen wegzunehmen und die eigene Stellung als wichtiger Weizenexporteur weiter zu stärken. Aber das muss man ja dann auch sagen, dieser Weizen ist weltweit relevant. Also die Ernährung ist etwas Grundliegendes. Das kann man nicht einfach zur Seite nehmen. Ja, das ist so. Und da hat Russland natürlich als weltweit grösster Weizenexporteur eben eine ziemlich wichtige Stellung. Und das spielt ihnen natürlich in die Hände. Also man geht momentan davon aus, dass ca. 20 bis 22 Prozent der Weizenexporte auf der ganzen Welt, die kommen aus Russland. Also das ist enorm. Das ist ein Viertel bis ein Fünftel des globalen Weizens, kommt allein aus Russland. Und das macht Russland natürlich per se schon mal zu einem sehr wichtigen Akteur im Getreidehandel. Und Russland nutzt das auch aus. Also beispielsweise, indem es Getreideladungen verschenkt an Länder, von denen es sich dann erhofft, dass diese in ihrem Sinne sich politisch verhalten beispielsweise. Ist das denn auch der Grund, weswegen Händler bis heute diesen Weizen dann kaufen? Wenn ja bewusst ist oder klar ist, woher dieser Weizen denn stammt. Ja, das ist richtig. Also es lässt sich natürlich auch Geschäft machen mit den russischen Agrarrohstoffen. Das ist halt wirklich für den globalen Markt wichtig. Es ist auch wichtig für viele importabhängige Länder, gerade in Afrika, in Südostasien, aber auch im Nahen und Mittleren Osten. Die können vielfach nicht so leicht diese Getreideimporte aus anderen Regionen beziehen. Es ist teurer, es dauert länger, bis sie dort ankommen. Die sind schon, man muss es so sagen, auf die russischen Exporte angewiesen. Und das weiss Russland sich zunutze zu machen. Und das wissen natürlich auch die Händler. Und die mussten sich zwar ein bisschen aus dem russischen Geschäft zurückziehen in den letzten zwei Jahren. Also vor allem aus dem physischen Geschäft vor Ort. Sie haben Lager oder Terminals verkauft, ihre eigene physische Beschaffung vor Ort eingestellt, aber mit russischem Getreide handeln, wollen sie natürlich alle weiterhin. Und ja, jetzt ist die Schwierigkeit dabei zu unterscheiden, was ist wirklich russisches Getreide und was ist geplündertes ukrainisches Getreide. Und das ist gar nicht so einfach, weil das russische Regime verwendet da diverse Methoden, um zu verschleiern, dass sie Getreide plündern. Also das fängt damit an, dass das geplünderte ukrainische Getreide zuerst mal nach Russland exportiert wird und dann dort beispielsweise auf Schiffe geladen wird und in Drittländer verschifft wird. Das Getreide wird teilweise auch gemischt. Also dann wird geplündertes Getreide mit russischem Getreide gemischt, sodass man nicht mehr nachvollziehen kann, woher es kommt. Es wird auf Schiffe geladen, die ohne Funksignal unterwegs sind. Also man kann diese Schiffe dann eine Zeit lang, Tage, Wochen lang teilweise nicht mehr finden, ausser man findet sie zufälligerweise auf einem Satellitenbild. Das ist also sehr aufwendig. Es kommen auch noch verfälschte Dokumente hinzu, also Frachtbriefe beispielsweise, die keinen Verladehafen enthalten. Also ein sehr ausgeklügeltes System, um eben zu verschleiern, dass es sich um geplündertes ukrainisches Getreide handelt. Und ja, da muss man eine Sorgfaltsprüfung machen, um das herauszufinden. Das ist dann die Aufgabe der Händler und da kommt jetzt eben halt schon auch die Schweiz ins Spiel, weil wir ein sehr relevanter Handelsplatz sind, gerade für Getreide. Und trotzdem sind ja eben diese indirekten Aneignungen oder auch Plünderungen, die können ja durchaus eben ein Kriegsverbrechen sein unter Umständen. Also wenn jetzt so ein Unternehmen solchen geplünderten Weizen kauft, dann ist diese Sorgfaltspflicht doch wichtig. Was kann man denn sagen zum Rohstoffhandelsplatz der Schweiz? Ich meine, wir sind so groß. Wie kommen wir dem nach? Wie schauen wir das an? Ja, das ist richtig. Also die Schweiz ist der grösste Agrarhandelsplatz weltweit, vor allem für Getreide. Public Eye schätzt, dass mindestens 50 Prozent des Getreides über Schweizer Händler gehandelt wird. Jetzt muss man wissen, das ist Transithandel. Also dieses Getreide oder auch die anderen Agrarprodukte, die kommen praktisch nie physisch in die Schweiz. Die werden einfach von Schweizer Händlern gekauft, verschifft, verschoben, vielleicht noch verarbeitet und in ein Drittland transportiert. Das ist das Kerngeschäft der Schweizer Händler. Das sind internationale Konzerne, die in der Schweiz ihren Hauptsitz haben oder wichtige Handelsniederlassungen, gerade für Getreide und vor allem auch für Getreide aus der Schwarzmeerregion. Klar ist, sie handeln noch mit russischen Agrarprodukten, mit russischem Getreide. In welchem Umfang, wissen wir nicht genau. Genau. Und hinzu kommen jetzt auch russische Händler. Da gibt es auch einige, die sich in der Schweiz niedergelassen haben, die hierzulande ihre Handelsbüros haben. Also man kann wirklich sagen, der Schweizer Rohstoffplatz ist für den Getreidehandel aus dieser Region zentral. Das heisst, das läuft über Büros in Genf oder Zug oder einfach über die grossen Schweizer Agrarhändler. Da habt ihr bei Public Eye natürlich ganz, ganz, ganz genau hingeschaut. Und da ist euch ein Händler aus Zug bei Recherchen besonders aufgefallen. Kannst du zu diesem Händler etwas mehr sagen? Ja, genau. Das ist so. Also wir haben im Zuge unserer Recherchen uns die grossen Schweizer Agrarhändler angeschaut, aber eben auch kleinere, die sich spezialisiert haben, entweder auf den Getreidehandel oder sogar dann wirklich auf die Schwarzmeerregion. Und da sind wir auf einen Fall gestossen. Wir wurden aufmerksam über einen türkischen Schiffspotter auf diesen kleineren Zuger Agrarhändler, der eben eine Ladung geplünderten Weizen gekauft hat und dann anschliessend in der Türkei weiterverkauft hat. Was kann man denn sagen, wie hat dieser Händler denn das ganz konkret gemacht? Ja, es ist davon auszugehen, dass es handelt sich um Weizen, 11.500 Tonnen Weizen. Der aus den besetzten Gebieten in der Ukraine stammt. Und diese Ladung wurde von einem russischen Unternehmen, das eben wirklich eigens für den Zweck gegründet wurde, geplündertes Getreide zu beschaffen und dann zu exportieren. Die haben diese Fracht quasi für den Export freigegeben. Und die haben ein anderes russisches Unternehmen beauftragt, diesen Weizen über die Krim, über Sevastopol zu exportieren. Und in Sevastopol wurde das Getreide, also der Weizen, über ein Terminal auf ein Schiff geladen. Und dieses Terminal ist sanktioniert, auch in der Schweiz. Also diese Betreiberin steht in der EU und in der Schweiz auf der Sanktionsliste, eben weil immer wieder geplündertes Getreide darüber exportiert wird. Das Getreide wurde schliesslich auf ein Schiff geladen, das ziemlich berüchtigt ist. Es ist ebenfalls sanktioniert von den Amerikanern, wegen den Verbindungen oder Verstrickungen mit dem syrischen Assad-Regime. Und dieses Schiff hat dann das Getreide aufgeladen und ist ohne Funksignal wieder zurück in russische Gewässer gefahren, wo es eben vorher schon mal war. Und es kam schon ohne Funksignal nach Sevastopol, damit man eben nicht nachvollziehen kann, wo dieses Getreide effektiv auf das Schiff geladen wurde. Ja, und dann hat das Schiff die Türkei angesteuert. Es sollte eigentlich ursprünglich ein türkischer Käufer diese Ladung entgegennehmen. Das ist dann aber nicht geschehen. Und das Schiff hat den Kurs gewechselt und ist nach Ägypten gefahren. Dort sollte dann ein ägyptischer Käufer den Weizen entgegennehmen. Auch das ist nicht geschehen. Das Schiff lag dann zwei bis drei Wochen vor der ägyptischen Küste, vor einem Hafen, konnte die Ladung aber nicht löschen. Und dann trat Vivalon auf den Plan. Das ist eben der Zugehändler. Die haben dann schliesslich die Ladung gekauft und sie in die Türkei liefern lassen, wo sie sie dann auch im Oktober entgegengenommen haben. Jetzt haben wir gezeigt, Vivalon hat sich an diesen Plünderungen, an diesen Aneignungen beteiligt. Und ich hatte zuvor gesagt, auch indirekte Aneignungen können ein Kriegsverbrechen sein. Kann man denn im Fall von Vivalon sagen, doch, Vivalon hat ein Kriegsverbrechen begangen? Nein, das kann man so nicht sagen. Es stimmt zwar, dass indirekte Aneignungen den Tatbestand der Plünderung erfüllen können, aber das kommt wirklich sehr auf die Umstände an. Das muss man von Fall zu Fall beurteilen. Und das wäre hier jetzt wirklich an der Justiz zu entscheiden, ob sie dem nachgehen wollen oder nicht. Eben diese ganzen Recherchen, die er jetzt gemacht hat. Das ist sehr, sehr aufwendig, nur schon mal, um zu sehen, wo dieses Schiff war, wem gehört das, wie war das? Wie habt ihr halt das recherchiert? Ja, also wir haben fast ein Jahr lang recherchiert. Das war eine sehr umfassende Recherche. Wir haben begonnen eigentlich mit der Systematik der Plünderungen. Da gab es schon relativ viele Medienberichte dazu, also wie dies stattfindet in den besetzten Gebieten, welche Akteure dahinter stecken, wie die Routen sind, also wie dieses Getreide dann effektiv auf dem Weltmarkt landet. Da gab es einiges an Berichterstattung. Dann haben wir aber auch mit Akteuren und Akteurinnen vor Ort gesprochen, beispielsweise mit Universitäten in der Ukraine, mit Analysten, die sich mit dem Schwarzmeerhandel sehr gut auskennen. Eben auch mit Schiffspottern, die immer wieder Schiffe beobachten, die mit mutmasslich geplündertem Getreide beispielsweise den Bosporus durchqueren. Und dann haben wir uns den russischen und den ukrainischen Handel angeschaut. Wer sind denn die Akteure, die mit russischen und ukrainischen Agrarprodukten überhaupt handeln? Wohin werden diese Güter exportiert? Wer sind die grossen Schweizer Händler, die darin aktiv sind? Was machen die russischen Händler? Wer hat welchen Marktanteil? Auch da haben wir versucht, ein sehr umfassendes Bild uns zu erarbeiten. Wir haben die Händler dann auch konfrontiert. Wir haben sie angefragt. Was macht ihr eigentlich noch genau in Russland? Welche Wertanlagen habt ihr noch? Wie viel handelt ihr noch mit welchen Produkten? Und vor allem aber auch, welche Sorgfaltsprüfungen führt ihr durch, um eben sicherzustellen, dass sie nicht mit geplünderten Rohstoffen handeln? Und dann sind wir eben auch auf diesen konkreten Fall von Vivalon gestossen. Und was sagt denn Vivalon zu diesen Enthüllungen? Ja, wir haben das Unternehmen damit konfrontiert, sowohl mit diesem konkreten Fall, der auch bereits im Januar von der NZZ publik gemacht worden war, als auch noch mit weiteren Daten, die wir aus einer Handelsdatenbank hatten, die aufzeigen, dass bei weiteren Exporten das US-sanktionierte Unternehmen, das eben diese Plünderungen organisiert im Südosten der Ukraine, dass die auch involviert waren als Verfrachter und Zollanmelder. Und wir haben eine Antwort erhalten vom Unternehmen. Sie haben einen ziemlich umfassenden Bericht erstellt als Reaktion auf den NZZ-Artikel. Den haben wir ebenfalls erhalten. Und darin wird ja sehr klar ersichtlich, dass die Compliance-Massnahmen des Händlers in kritischen Bereichen ungenügend gewesen sind. Das sagt das Unternehmen selbst. Und dass die Möglichkeit besteht, dass die Fracht gestohlene Güter beinhaltet hat. Also das wird aus diesem Bericht relativ klar. Genauso wie Ihnen beispielsweise die Sanktionsgeschichte des Schiffs nicht aufgefallen ist. Also umfassend kann man sagen, ja, die Massnahmen waren wirklich in diesem Fall ungenügend. Jetzt kann man aber auch sagen, das war jetzt ein Händler. Wie sieht es denn generell mit dem Handelsplatz Schweiz aus? Sind denn andere Händler besser, wenn es darum geht, diese Sorgfaltspflicht umzusetzen? Ja, wir haben uns die grossen Schweizer Agrarhändler angeschaut, aber auch kleinere, spezialisierte Händler, die sich wirklich auf den Getreidehandel aus dieser Region fokussieren. Und dann würde man davon ausgehen, ja, die Systematik der Plünderungen, das ist Ihnen bekannt, da wird wirklich sehr detailliert darüber berichtet seit zwei Jahren. Und wir sind ziemlich erschrocken, wie wenig wir gefunden haben. Also wir haben zuerst die ganzen öffentlich verfügbaren Dokumente und Daten angeschaut. Was sagen Sie auf Ihren Webseiten? Was sagten Sie in den Medien? Gibt es irgendwelche Statements? Wir haben auch da in Handelsdatenbanken geschaut, wer handelt jetzt noch genau mit wem und wie viel aus Russland? Und dann haben wir die Unternehmen eben auch konfrontiert mit diesen Aussagen, mit Fragen. Und ja, es ist ja eigentlich nicht neu, dass die Branche sehr intransparent ist und ja, lieber schweigt, als allzu viel Preis gibt. Aber es hat uns dennoch erschreckt, dass wir da wirklich fast nichts gefunden haben zu dieser Sorgfaltsprüfung, speziell jetzt eben in diesem Kriegskontext, in einem Land, das mit Sanktionen belegt ist, wo man von diesen Plünderungen weiss. Was müssten diese Unternehmen denn tun? Oder der Handelsplatz Schweiz, was müsste hier geschehen, um mehr dieser Sorgfaltspflicht nachzukommen? Ja, das ist eigentlich relativ klar. Es gibt seit 2011 die UNO-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte und die besagen, dass alle Unternehmen eine Sorgfaltsprüfung machen müssen und sie müssen eben sicherstellen, dass sie bei ihren Geschäftstätigkeiten Menschenrechte und Umwelt achten. Das ist wirklich das Minimum. Und dann gibt es aber für den Kontext von Konflikten oder bewaffneten Auseinandersetzungen, den Krieg oder eben Länder, die mit Sanktionen belegt sind, auch noch spezifische Leitlinien, die besagen, man muss in solchen Kontexten eben eine verstärkte Due Diligence und eine verstärkte Sorgfaltsprüfung durchführen. Das heisst, es reicht nicht, was man quasi bei normalen Geschäften macht, sondern da muss man ganz genau hinschauen. Und das bedeutet eben unter anderem sicherzustellen, dass man nicht mit sanktionierten Akteuren geschäftet, dass man eben keine geplünderten Rohstoffe in den Wertschöpfungsketten hat. Und die Agrarhändler, die wir befragt haben, die wir untersucht haben, die bleiben eigentlich allesamt den Beweis schuldig, dass sie so eine verstärkte Sorgfaltsprüfung durchführen. Aber wenn Sie das nicht von sich aus machen, braucht es dann nicht vielleicht internationalen oder aus Sicht der Schweiz betrachtet hier wenigstens nationalen Druck. Was kann man international machen oder was kann die Schweiz tun? Ja, absolut. Also das sehen wir seit 10, 20 Jahren. Diese freiwilligen Massnahmen, das nützt einfach nichts. Man muss wirklich die Unternehmen, allen voran auch die Rohstoffhändler dazu zwingen, diese Sorgfaltsprüfungen durchzuführen. Also wir brauchen griffige Sorgfaltsprüfungspflichten, die eben auch umfassend sind. Und dann braucht es aber auch eine Ausweitung der Sanktionen. Also der Fall der Getreideplünderungen ist eigentlich ein wirklich sehr anschauliches Beispiel dafür, welche Lücken wir bei unseren Sanktionsbestimmungen haben. Es ist beispielsweise in der Ukraine-Verordnung verboten, Güter aus den besetzten Gebieten in die Schweiz zu importieren. Es ist aber nicht verboten, mit Gütern aus den besetzten Gebieten zu handeln. Also solange ich sie in die Schweiz bringe, geht das nicht. Wenn ich aber aus den besetzten Gebieten in ein Drittland verschiffe und somit eben diesen Transithandel betreibe, dann ist das okay. Und genau dieser Transithandel ist ja das Kerngeschäft der Schweizer Händler. Also wir haben hier wirklich ein Riesenloch in unserer Sanktionsverordnung, also sowohl die Schweiz als auch die EU. Und das müsste man dringend schliessen. Dann hoffen wir, dass hier wirklich schnell etwas vorwärts geht. Silvi, danke herzlich, warst du hier und hast uns Einblicke gegeben in, wie das funktioniert mit dem russischen Weizen, den Plünderungen und auch was die Schweiz damit zu tun hat. Herzlichen Dank. Danke. Und wenn euch die gesamte Thematik weiterhin interessiert, dann empfehle ich euch die Beschreibung zu dieser Episode. Dort findet ihr nicht nur die Recherche, die Silvi angesprochen hat, sondern auch das gesamte Dossier zum Rohstoffhandelsplatz Schweiz im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. In diesem Sinne, danke herzlichst. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.